recht herzlich willkommen auf meinem kanal mein name ist das reiter und wir sind in folge 182 von aborion ja wir sind neuen sektor wir sind den piraten abgehauen und wir müssen mal gucken was hier so los ist da oben was sagt eigentlich das hier denn beschädigt das schiff ist beschädigt bei dem bonus oder beim reportualock ok dann würden wir mal gerade erstmal den baumodus kurz einmal aufrufen und schauen ob das schon geht reparieren schiff kann nicht repariert nämlich genug material dafür kein eisen ok das bedeutet wir müssen das schauen dass wir das woanders repariert kriegen das machen wir nach mit bis gleich so gucken wir mal ob wir hier ein reparatur dock haben wir sind hier ganz alleine mit diesen zwei feldern kein mensch weiß wieder wofür die gut sind einsammelkeit hat auch glaubt nicht ne also wenn wir reparieren wollen was fehlte uns denn da gerade reparieren eisen titan naunit trinium und xane und alles fehlt uns das ist schlecht das bedeutet wir müssen mal ein sektor suchen wo wir die reparaturen durchführen können ich würde jetzt mal sagen fliegen wir mal dahin oder so weit wie möglich dann mal hoch keine ahnung wofür die container ja alle gut sind springen geht auf jeden fall noch der blog ist nicht kaputt so nix los hier zwischen so zwei bereichen hier ist ein bisschen doof aber es geht ja schnell wenn wir hier fliegen und gute ist berechnet worden hier ist eine schöne sonder die uns anstrahlt und das war ein doofer riss hier in der landschaft aber da waren wir irgendwie schon mal oder was na dann auf geht's dahin oder rote wurde berechnet und sprung sehr gut und hier ist wahrscheinlich auch nichts los ne schicker planet nur mit schönen ringen drumherum dann geht wieder die reise da lang ein bisschen doof gerade wir brauchen jetzt erstmal reparatur doc da sind ein paar piraten die mich jetzt aber wirklich nicht interessieren ressourcendepot nicht wirklich was ich brauche fliegen wir erstmal hier was sind das für ansammlungen vor uns sieht schon ein bisschen komisch aus was das ist ach das sind kaputte schiffe ok aber wir lassen die piraten jetzt doch mal links liegen das ist schwierig für mich vielleicht hätten wir hier fette beute machen können aber naja ist halt so so jetzt aber ja dann der kreation als team workshop damit sie von mir nutzen werden können ja so aber dann hier noch dann sind noch zwei ohne tor und mir fehlt irgendwie das was ich brauche ist ein reparatur doc komisch solar waffen handelsbossen reparatur doc da müssten wir hin das bedeutet hier hier und da und schnell und so lange machen wir kommen gleich nach wir können ja nichts abbauen wenn wir da drange fliegen kriegen wir das ja nicht ab weil das ist ja zu unseren kleinen wefflein die wir hier haben nicht möglich oder da fehlt es an dem passenden rohstoff des lasers abbaulasers zu weit weg noch noch zu weit weg der schafft es noch nicht mal wie ihr seht der kratzt noch nicht mal an der oberfläche karte und wie weit ist er schon da sehen wir es 98% der muss ja gleich angekommen sein dann kann man da hinspringen oder na los kann ja nicht so schwer sein dass die 100 jetzt voll werden oder jetzt mal hier hast du ihn kartenoptionen ok legenda ja jetzt ist er da zu travel erwechseln springen wir da meinen dabei ein reparatur doc ich weiß noch nicht ob es da geht aber ich denke mal eigentlich schon dass der handelsposten dann wollen wir doch mal hier kurz das reparatur doc anklicken das ist da unten dann fliegen wir da mal hin und interagieren da gleich wenn wir in der nähe sind mit denen ok die fliegbahn gefällt mir gerade nicht sieht so aus als ob ich in diese station rein krachen könnte wären wir wenn wir nicht ausgewichen worden wären ok klappt das ich denke schon interessante bauform aber heute mal hier unten ist doch schon doch wo anlocken können traktor stahl erfalten macht aber nicht und tag reparatur doc reparieren alles wieder heile wunderbar das war unser ziel was funktioniert hat aber wohl kohle für bezahlt ne jo einiges wie sieht es denn aus ja wir haben aber noch ein bisschen was so das haben wir erledigt sind wir wieder fit da sind solarpanels hier ne die da so leuchten ok sehr schön dann fliegen wir da mal von weg und dann ist die karte aufzurufen naja die exodus mission die können wir uns wohl vergessen weil wir wissen gar nicht wie das geht die hatschi hör dich nach informationen über einen weiteren sektor um wenn du zwei zusammengepasste gefunden hast gehe zum angezeigten sektor ja ich verstehe es nicht da komme ich hinter 140 147 erledigt findet den sektor ja jetzt ist das auch noch weg noch krasser war das ja ich krieg's nicht in sammle drei legendäre subsysteme so dann ja das ist auch klar ja geändert haben wir noch nie der sagt mir wie ich eine station baue das ist auch nett ne also missionsmäßig weiß ich nicht keine ahnung die hat sie hat sie hatte keine ahnung wie sie ausgesprochen finde mehr über die hat hier raus hör dich nach informationen über einen weiteren sender um wenn du zwei zusammen passende gefunden hast gehe zum angezeigten sektor welche sind denn hier zwei passende verstehe ich nicht ich komme nicht dahinter ja gute sache oder auch nicht wir scrollen mal raus weil mir fällt gerade so ein eben hatten wir ja die ressourcen problematik der grafter hier kann auch einfach abbauen hier oder bergbauoptionen sieht so aus als ob die gehen zwei stunden sicher modus und der baut alles ab mach mal damit wir materialien mal kriegen weil da hatten wir ja gerade eben das problem mit oder Albatross kann er das auch Bergbauoptionen gibt es da auch ach ne kann er nicht der kann nicht so arbeiten was soll denn Albatross dann machen Albatross soll Erkundungen machen Erkunde mal Notiz vom Kapitän hinzufügen Erskurtenunterstützung ehrlich eins ich hoffe dass ich den jetzt hier anklicken kann und der fliegt dann mit das war ja unser Ziel auch für den Albatross oder dann wenn ich Elch 2 auch noch Gefahr für Hinterhalt ist 1 also mach mal entdeck das mal du bist schon gut unterwegs dann Asreiter 3 der ist da der baut ja schon ab das passt ja der Elch ist mit dem anderen beschäftigt das passt auch den haben wir dann noch jetzt hier über Spritquelle da brauchen wir auch nichts machen mit der Spritquelle Traveller ist klar haben wir erstmal alles oder die Lady nicht auf dem Bildschirm Fokus ich kann doch bestimmt das machen oder Eisen und Titan mach das mal länger mach das im sicheren Modus sofort die Lieferung hätte ich auch gerne wo es läuft und die Lady 2 die ist da auch in der Nähe kann das gleich hier in grün machen warte mal die habe ich jetzt nicht richtig geklickt glaube ah die kann das doch nicht der hat da andere Fähigkeiten dieser Kapitän da ist er er hat gar keine Fähigkeiten das bedeutet du machst das das passt Gefahren für Hinterhalt sind halt da machen wir aber trotzdem so fertig okay dann würde ich sagen sind wir erst auf einem guten Weg hier ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Auber macht eins falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt damit wir jetzt die nächste Video hochladen gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao